Die Veranstaltung heute hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Organisation vom KI Lab war super professionell und mir hat es richtig gut gefallen, wie es aufgebaut war, wie es organisiert wurde, mit den Gästen, die zugeschaltet wurden, auch die anderen Speaker, die online zugeschaltet wurden, hat total toll geklappt. Von daher kann ich mich nur für die Organisation beim KI Lab bedanken, dass sie trotzdem der aktuellen Situation dann zu uns gekommen sind und wir das gemeinsam durchführen konnten, die Veranstaltung. IDS aus Obersulm ist ein Kamerahersteller. Wir liefern Komponenten, also Kameras als Komponenten häufig in Maschinen und Anlagen, Geräte in vielefältigen Branchen. Eben jetzt neu haben wir angefangen auch Kameras mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen und die normalen Netze in die Kameras reinzubringen und so ist es dem Kunde deutlich einfacher zu machen, mit unseren Produkten einfach KI-Lösungen umzusetzen.